Susanne Dussé hat einen neuen Titel, einen Titel, den sie selbst geschrieben hat. Wie heißt der, Susanne? Fragen. Susanne, da hinten ist ein Bild von dir zu sehen. Das bist du? Das bin ich vor vier Jahren. Jetzt musst du singen, ganz schnell. Susanne Dussé mit Fragen. Es gibt so viele Wege, die man beschreiten kann. Es gibt so wenig Ziele, die man erreichen kann. Ich kenne viele Wege, ich ging bergauf, bergab. Doch fand ich nie den einen, der mir die Antwort gab. Fragen, immer nur Fragen, wann und wo, wohin, warum und wie. Fragen, immer nur Fragen, enden diese Fragen nie. Es gibt so viele Worte, die man verwenden kann. Es gibt so wenig Träume, die man beschreiben kann. Ich kenne viele Worte, die ich gesprochen hab. Doch fand ich nie das eine, das mir die Antwort gab. Fragen, immer nur Fragen. Wann und wo, wohin, warum und wie. Fragen, immer nur Fragen. Es gibt so viele Menschen, die man treffen kann. Es gibt so wenig Freunde, auf die man zählen kann. Ich kenne viele Menschen, die ich getroffen hab. Doch fand ich nie den einen, der mir die Antwort gab. Doch fand ich nie den einen, der mir die Antwort gab. Fragen, immer nur Fragen, wann und wo, wohin, warum und wie. Fragen, immer nur Fragen, wann und wo, wohin, warum und wie. Ende diese Fragen nie. Nein, 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 nein.